Wie ist der Yoga-Zentrum in Madrid? Er leitet Yoga-Lehrer-Ausbildungen, hat auch noch Psychologie studiert und eben auch Yoga verbunden mit Psychologie. Er ist auch einer der inspirierenden Menschen, die auch uns für die ersten Schritte der psychologischen Yoga-Therapie mit beigetragen hat. Und er hat immer gute Tipps vor uns gegeben und ein tiefes Verständnis, eine tiefe auch Mitgefühl und Freundlichkeit, die vom Herzen her kommt. Und ja, so freuen wir uns, dass er hier. So we are very happy that you are here, that you visit us. And it means so much for me and our friendship that we have. Yes, for me too, very, very much. Thank you for having me, Sukadev. Also, vielen Dank, Sukadev, dass ich hier sein darf. Om Namah Shivaya. Guten Abend. Ja? Correctig? Ja? Good. Hola. Ah, very good. Muy bien, muy bien. In this Yoga Congress, this year, the challenge that was set for the speakers and those who knew Swamiji personally, is to somehow talk about the role of the modern guru. Also, die Herausforderung, die bei diesem Kongress uns Vortragenden hier gestellt wurde, ist, über Swami Vishnu Devananda als modernen Guru zu sprechen. I like challenges. Swamiji taught me to enjoy challenge. Sukadev is one of those followers as well. Ich mag Herausforderungen. Ja, Swami Vishnu hat uns Herausforderungen gelehrt, damit umzugehen, und Sukadev folgt Ihnen in diesen Fußstapfen. Aber ich hätte nicht gedacht, als ich jetzt diesen Vortrag für heute Abend vorbereitete, dass mich das persönlich so berühren würde. Also, ich war von Swamiji ein Schüler. Ich habe keine Rechte, jetzt irgendwas zu deklarieren, ob er jetzt ein moderner Guru war oder was für eine Rolle er spielte. Es hat mich in eine schwierige Lage versetzt. Also, ich musste mich daran erinnern, an sein erstes Treffen mit seinem Meister. Ich habe da einige Bilder vorbereitet. Aber für diejenigen, die das nicht wissen, und es wäre sehr ungewöhnlich, wenn ihr das nicht wissen wollt, Also, vielleicht wissen einige das nicht von euch, es wäre natürlich sehr ungewöhnlich. Swamiji's Master war Swami Sivananda. Also, Swami Vishnus Meister war Swami Sivananda. Considered a great saint, a great sage. Also, ein großer Heiliger. A great pioneer in modern international yoga. Und auch ein großer Pionier, was das moderne Yoga angeht. Aber was Swami Vishnus wirklich beeindruckt, berührt hat. Und als ich mich nun vorbereitete, habe ich gemerkt, auch mich hat etwas Ähnliches berührt, bewegt. Also, Swamiji beschreibt hier, als er seinen Meister das erste Mal getroffen hat. Er war einfach ganz normal, ganz einfach. Also, keine religiöse... Er saß nicht auf einem Tigerfell. Keine Aschen, die nach dem Körper... Also, er hat keine Show dahin gelegt. Und das hat ihn angezogen, zu seinem Satguru. Und bei seinem zweiten Treffen... Und bei seinem zweiten Treffen... Ich glaube, ihr kennt alle diese Geschichte. Swami Vishnuji, als junger Mann... So wie ich auch, und wahrscheinlich die meisten von uns, hatte er ein dickes, frittes Ego. Also, ich kann alles tun, und keiner ist mehr überlegen. Also, Swami Vishnuji wollte das nicht tun, was in Indien da wirklich normal ist, wenn der Meister kommt, nämlich sich hinzugeben, niederzubeugen. Also, er hat sich also stattdessen versteckt, als er Sivananda kommen sah. Und was, glaubt ihr, was geschehen ist? Sivananda hat sich vor seinen Füßen verneigt. Und da beschreibt er hier, wie sein Körper hat zu zittern begonnen. Also, wirklich, ja, diese Einfachheit, Bescheidenheit dieses Meisters, der schon zu damaligen Zeiten wirklich ein Heiliger war in Indien. Wir sind nicht in Indien, wir haben nicht so wirklich diese Hingabe. Aber die Inder, die beschreiben wirklich Swami Shivananda als großen Heiligen. Und hier war nun also dieser junge Mann, der sich verstecken wollte, damit er nicht vor diesem Meister sich verneigen wollte. Und der Meister verneigte sich vor ihm. Das war also Swamiji's erste Unterweisung. Also, ich habe gelernt, mich zu verbeugen, ohne jede Art von Hemmung. Also, jede Mann, jede Frau, als das Göttliche zu sehen, zu erkennen. Als gleich oder höherwertig, aber nicht niederer. Also, der Guru hat in Indien also wirklich eine lange Geschichte. Einige, die den Kurs belegt haben, ihr kennt das. Hier, er, der die höchste Bhakti, der Deva, also dem Göttlichen gegenüber hat, hat es auch seinem Guru gegenüber. Er, der also einen höheren Geist hat, einen hoch ausgerichteten Geist hat, da werden diese Lehren ihn erleuchten. Also, der Guru hier ist eine spirituelle Figur. Also, eine Teil dieser Zeit. Wie man spirituelle Weisheit weitergibt, man lebte mit dem Guru. Dann ist eine sehr beliebte Übersetzung des Wortes Guru. Die Silbe Gu heißt Dunkelheit. The syllable Ru means he who dispels them. He who dispels darkness. It's poetic, but darkness comes in many forms. The Guru who has that influence, who has that, some call it charisma, but something else. Something that touches our hearts, like it did Swami, Sivananda touched the heart of Swami Vishnu. It changed his life. He himself admitted how full of ego he was. And just with that one encounter, his life changed. Because the Guru has the power to dispel darkness. The Guru is thus named, the Dispeller of Darkness. The theme is big. I feel inadequate giving this talk. I can only surrender to Swamiji. He always taught me just to follow my heart. So I will continue. I will do my best. Shankara. You all know Shankara, Vedanta. You all love it, I'm sure. You all love it, you all love it, all is one. There is only fullness. There is only one. There is only one. But Shankara also spoke about the Guru. But Shankara also spoke about the Guru. And he said that the Guru transforms minds that are like brass, like the egoistic mind, into shining gold. But he goes on to say that that would not be a true measure of the Guru. because the Guru is he who transforms others. What it says exactly, the disciple who is transformed by the Guru becomes a Guru himself. attaining Purnatva, fullness, one-seil, realization. So the tradition has a very powerful spiritual definition of the Guru. This is the classical teaching. The ancient teaching. The Vedas, the Upanishads, and the Sutras. And slowly we come to our era and eventually to modern times. Here we change the perspective. We change the perspective. Because when you gave me this challenge, what is the role of the Guru? What is his social role? I'm not a sociologist, but I had to do some homework before coming here. And oddly enough, who knows why, I read a very lovely book by an English historian. His name is Priestland. And he makes the case that historically there were typically three basic social roles in different societies at different times in history. and he displays with historical evidence how these roles shift so that today the role that dominates is not the role of the sage or the guru. but the role of the merchant. That's what we went through in this crisis. The merchants brought us down. doesn't mean that they're not important. They have an important role in the world. But we gave them prominence. In other periods of time we gave prominence to the warrior, to the soldier. It depends on the period in history. So he claims that it's not like the classical awareness of India with the guru or the Brahmin on top, the sage on top. Right now it's been turned upside down. You can interpret the merchant the merchant as materialism. the sage as spirituality as wisdom the scholar the researcher but they all have a role the soldier too. Some will object but many years ago Swamiji invited generals of the world and he called the symposium generals for peace and I at the time was doubtful I was skeptical but I was deeply impressed by how these generals spoke. They said their true role is peace. They are the peacemakers. The peacekeepers is the right word. Sorry, peacekeepers. like the United Nations peacekeeping role. When the peace collapses of course their role changes and becomes very tragic. But throughout history that social role is there. In the ancient Varna system it's there as well. Kshatriya. And in preparing this presentation I had to think of Swamiji how does he fit into the Varna system? He was not a Brahmin. Swami Chitananda was a Brahmin. Swami Sivananda was a Brahmin. But Swamiji was a Kshatriya. He came from that class that caste in India. Swami Vishnu came from the Kshatriya Klasse and yet that great sage Sivananda transformed him. And yet that great sage Sivananda transformed him. but there remained a certain personality trait as a psychologist I would call it that. So he was not the Brahmin the pure Brahmin type of sage or guru. He had this mixture between the Kshatriya and the Brahmin the soldier and the sage remember this is just my opinion I'm sure most of you will object as a spiritual teacher Swamiji was definitely a sage definitely a spiritual teacher he could continued in that Upanishadic tradition ask anyone who was there what did Swamiji ask first thing in the morning what day is it today we thought what a silly question it's the 18th of November 2016 Donald Trump just became President what are we talking about Swamiji what are we talking about Swamiji what day is it today again and again until we answered with the Upanishadic teaching that all this is ephemeral we never know when it's passing when we are passing but not just us not just death everything is passing so he put it into modern terms just to say life is ephemeral we ignore it but the majority of Swamiji's students like myself we were divorced two or three times so he asked the next question he didn't ask it as a question he put he said you know what your modern mantra is I love you honey we repeat that over and over again I love you honey I love you honey and then the mantra changes after a couple of years I hate you honey I hate you honey I hate you honey and finally the last phase is go to hell honey so he made a modern joke which touched at least half of the audience if not more because we've been there the relationships change doesn't matter what you get attached to the old Upanishadic the old Buddhist teaching is Sarvam Dukam Upanishadische oder Buddhistische die Lehre all will pass so he was definitely a spiritual teacher there was no question about it there was no pretending there was no stroking our head and saying it's gonna be okay he said it like it was or like it is he went on with those teachings and he used always modern examples he went on with these lehren and he used always modern examples he used and he used always modern examples some of us thought wow this guy is really good he's teaching for the first time we never heard such stuff he always had a big watch he said somebody lost their watch I'm walking on the street and I find the watch I ask is it anybody's watch nobody claims it I look at the watch oh very nice watch and then does it fit me oh yes oh very nice after a day or two I show you look did you see my watch look is that a nice watch look my watch something happened it's now my watch just a few days ago it was just nobody's watch now this watch is my watch my wife my daughter my car and then what happened I lose my watch it falls I can't find it now I cry so he was teaching the traditional spiritual aphorisms in a modern language he spoke to what we experienced in our language but the teaching was traditional it was Vedic it was Upanishadic it was Buddhists it was Indian it was a long tradition and then he told us stories to teach and one that he often repeated there were many I cannot do them all tonight because it's not time and we have today I cannot do them all because it's not time about this woman that was in her little hut most of you have taken TTC you know this but it's worth telling for the four thousandth time auch wenn ihr das schon viertausendmal jetzt gehört habt das ist immer wieder schön also eine Frau in ihrer Hütte und die saß da und hat ein bisschen genäht Socken oder ein Hemd ganz geduldig und die Nadel fällt und sie schaut nach dieser Nadel sie kann sie nicht finden sie kann sie nicht finden und sie macht sich Sorgen also sie geht überall in der Hütte herum und plötzlich ist sie draußen auf der Straße um nach dieser Nadel zu suchen und dann in diesem Moment kommt ein netter Mann vorbei und er fragt liebe Frau kann ich Ihnen helfen und sie sagt oh ja das wäre sehr schön danke was ist denn passiert oh ich habe meine Nadel verloren oh da kann ich dir helfen wo hast du sie verloren und sie sagte in meinem Haus warum suchst du denn hier nach ihr denn hier ist mehr Licht antwortete sie die Wahrheit liegt im Inneren also wir sind da so gefesselt wir schauen immer nach außen wir schauen immer nach außen ein besserer Job größeres Auto ein Trophäe von Frau ein Trophäe von Frau wir schauen immer nach außen also das himmlische Königreich ist innen im Inneren das ist was Jesus Christus uns auch unterrichtet hat also das ist eine ewige Lehre es ist eine ewige spirituelle Lehre und ja also Swamiji war nie müde war es nie müde uns so zu unterweisen und es hat vielen Frieden gebracht und ich war einer davon jetzt werde ich euch einige Fragen stellen ihr müsst die nicht laut beantworten aber denkt mal drüber nach Swami Vishnu's teaching als Guru war sehr sokriterisch dialektisch also die Swamiji Swami Vishnu's Lehren war sehr dialektisch also er hat Probleme für uns gelöst er wollte dass wir nachdenken er wollte uns wachrütteln und das ist der klassische alte Guru ja das ist dieses Aufwachen wachrütteln um uns aus der Dunkelheit ins Licht zu bringen uns zu erleuchten also der moderne Guru ein spiritueller Führer oder ein Lehrender ist der Guru also jemand von hohen Werten oder jemand der Frieden bringt oder ob das jetzt auf der physischen Ebene ein Trainer ist show me how to do downward dog also hier der herabschauende Hund ja er hat es mir beigebracht also ich komme aus der alten modernen Guru Tradition also der herabschauende Hund hat nicht gereicht Swamiji hat damals gesagt alle die Yoga mit Übungen Körperübungen verwechselt haben der hat auch nicht Yoga unterrichtet also der hat einfach nur Gymnastik unterrichtet denn für ihn war Yoga eine spirituelle Tradition und wir können weitermachen politischer Aktivist oder ein Therapeuten und wenn wir uns jetzt die moderne Yoga Bewegung international und auch im Westen anschauen dann beginnen wir mit Swami Vivekananda 1893 World Congress of Religions Chicago in den USA also ganz tolle Bewegung die Weltreligionen wurden dort zusammengeführt Pluralismus Internationalismus Universalism all of these things communicated in that movement all of these things communicated in that movement und in vielerlei Hinsicht sind wir immer noch in dieser Bewegung heute Ich habe in den späten 50er Jahren mit Yoga begonnen Meine Tochter beschreibt mich immer als alten Hippie Wenn sie dann ihre Schulfreunde mit nach Hause bringt dann wollen die alle immer den alten Hippie kennenlernen Also die denken immer Ich sitze im Wohnzimmer mit langen Haaren mit einem Joint und so Dann sind sie immer ganz enttäuscht denn ich bin einfach viel zu ernst Anyway When the Gurus came and remember Swami Vishnu came to America in 1957 Also erinnert euch Swami Vishnu kam 1957 in die USA So as he came that wave started What had happened? Why? Why we became so interested Warum waren wir im Guru so interessiert? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die USA Japan besetzt Also mit der Zen-Lehre kamen die in Berührung mit den buddhistischen Lehren Die Bewegung hat gestanden, fand statt All of a sudden there was this cross-culturelle Bewegung die dort stattfand of religious traditions spiritual traditions And somehow my generation became this satisfied with western values We weren't convinced that this is enough to compensate for the sacrifice that our parents made And then as you know came the drugs the hallucinogenic drugs became a very big movement Also große Bewegung wurde das And many people had very powerful experiences und viele haben sehr kraftvolle Erfahrungen gemacht Hallucinogens especially LSD and others die OT They can be transformed They are in fact coming back into use in the US again therapeutically sie werden auch im Therapiebereich wieder eingesetzt in den USA kommt zurück It has been shown that with a small application of a hallucinogen also mit wenigen also im Einsatz in geringen Dosen an alcoholic may stop being an alcoholic Also ein Alkoholiker wird dann dadurch eventuell stop ein Alkoholiker zu sein Aber diese jungen Menschen die hatten also diese unglaublichen Erfahrungen Aber die wollten das nicht nur durch die Drogeneinnahme Aber sie wollten das Bewusstsein aus denen ohne dem Körper Schaden zuzufügen und dann der dritte Einfluss war der Vietnamkrieg Also die Kent State Universität die Schießerei die Protestmärsche Also da war eine große Bewegung diese Unzufriedenheit mit der Politik und dieses Zuwenden der Religion aber nicht die alte Religion sondern Spiritualität etwas Neues Das waren also Swamiji's frühe Schüler ein Guru dieser Belegung He had a peace festival at the ashram in Canada 10.000 Menschen There was nowhere to put them 10.000 Menschen kamen zusammen also die schwammen nackt im Teich They were smoking dope He didn't know what to do It was too successful but there was chaos So he had to impose many different rules No drugs allowed No smoking No drinking Etc Bring some kind of obvious discipline to that quest Then came the problem of other spiritual teachers And we began to ask ourselves about the Guru What kind of moral conduct is that of the Guru Some were interpreting very strange behaviors Also einige haben sehr merkwürdige Verhaltensweisen interpretiert Not moral behaviors and excusing them saying the Guru is exempt from normal ethical behavior Also haben dann gesagt Ja der Guru der ist von den normalen ethischen Regeln halt ausgenommen That started to confuse the public Und das hat die Öffentlichkeit verwirrt Swamiji went back to a very traditional teaching Und Swamiji ging zurück zu einer sehr klassischen Lehre So in considering this topic the role of the modern guru The role got abused In the 70s and the 80s we had all kinds of scandals I was teaching in those years in the USA in Canada Caribbean and people were very disappointed There were questions Da waren Fragen that the students of religious traditions asked Also die Schüler religiöser Traditionen würden diese stellen Does the Guru charge money for his teachings What is his conduct like Does he claim to have powers Does the group proselitize on the street Proselitizes Look for converts Versuchen die Leute auf der Straße zu bekehren Wer hat dein Meister ernannt Are the teachings transrational or pre-rational Pre-rational means before rational thinking mythic intuitive transrational is trying to say well this is too big for you you can't understand this rational mind is not capable Swamiji would tell us stories to convey that Swamiji hat immer Geschichten erzählt um uns das zu vermitteln Vielleicht kennt ihr diese Geschichte schon Als er ein junger Mann war in seinem Dorf Ich war da es ist ein winziges Dörflein Als er auf dem Schulweg war eines Tages begegnete ihm ein Yogi mit einem großen Boulder auf seinen Thighs Also der hatte so einen großen So einen großen Stamm auf seinen Oberschenkeln und die Menschen die haben ihm Geld gegeben Er hat diese Kräfte gezeigt die er hat Und Swami Vishnu Er war fasziniert Wie hat dieser Mann das gemacht? Er hat einfache Wissenschaften in der Schule studiert Also er wusste dass dieser Fels der hat vielleicht hat er eine Tonne gewogen Es ist kein Stein es ist wirklich so ein großer Fels Normalerweise Also der menschliche Körper kann das normalerweise nicht haben Er hat gewartet Wie ist er? Wie geht er pinkeln? Wie schläft er? Die Zeit verging Die Nacht kam Es gab keine mehr vorbeigehenden Und dieser Yogi Rief also diesen Jungen Er sagte Gib mir eine Rupee und ich werde es dir zeigen Also er gab ihm das Geld das er hatte Und der Mann rutschte nach unten Und dort hat er einen kleinen Stein Genau so viel Raum für seine Beine darunter Also ein Trick Swamiji hat es immer gesagt Also lass dich nicht durch das einfache Erscheinen hinter das Licht führen Oder lass dich nicht Zum Narren halten durch die Pose oder den langen Bart Er hat uns beigebracht die Werte Und dadurch hat sich mein Leben verändert Ich wurde auch zum Sannyas Das war die Gruppe der internationalen Sannyasis at the time Ich glaube das war 1978, 1979 in Valmoran Mir fällt gerade auf Ich habe gar keine Zeit mehr Und ich bin in Deutschland Also die Züge die verspäten sich hier nicht Ich komme aus Spanien Also in Spanien macht das alles nichts Mein Guru Swami Vishnu Als er inspiriert war Wenn er inspiriert war dann hatte er kein Gefühl von Zeit Aber ich respektiere das hier Ich habe noch ein paar Minuten übrig Integrität Spiritual Integrität Swamiji stand dafür Also er wollte es wirklich wissen Er war ein Empiriker Er hat Zusammenarbeit ins Leben gerufen Dr. Dostalek at the University of Prague This was in the 80s We set up a laboratory in the ashram Wir haben ein Labor Eingerichtet im ashram Um zu forschen drei Jahre lang Medikamente 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 Wir sehen die Früchte jetzt Jetzt forschen sie Und es kommt alles hervor Pranayama Pranayama In den New York Times Als ich hierher geflogen bin Heute Morgen habe ich es gelesen Wie rhythmisches, einfaches Atmen Pranayama-Techniken wie die Stress reduzieren Fünf Rounds Inhale To a count of five Pause Exhale To a count of five You know Teaching that for like 40 years or more Now they're telling me this works It's good that they're telling us it works Because we knew it And Swamiji would be proud That they took and made the effort To show it To demonstrate it And so much more But he was against hypocrisy In New York at the United Nations He used to teach there in the 60's One of his students was an actor He got him to dress up Also er hat ihn verkleidet Als so ein Sadhu Also er hatte etwas dunklere Haut Er hat einen falschen Bart angeklebt Und er war in Mauna So the people, the public could ask him Any question And Swamiji would The Sadhu would write In Sanskrit And Swamiji would translate Er würde das dann niederschreiben In Sanskrit Und Swamiji würde das übersetzen Everybody is all Was für ein großartiger Großartiger Mann Ein Heiliger Und am Ende Swamiji said Guruji is leaving us tonight He has to fly back to India At 4 in the morning Er kann nur wenige initiieren Also wenn du möchtest Spenden, 200 Dollar Wir machen hier eine Liste jetzt Und es gibt nur Platz für wenige Und fast alle kamen nach vorne Und dann hat er den Bart runtergezogen Die Perücke runtergerissen Und er hat gesagt Das Bild Du liebst dieses Bild Du fragst nicht Wer ist dieser Mann? Was für eine Erfahrung hat er? Hat er sich selbst diszipliniert? Wie verhält er sich? Du bist nur von diesem Bild angezogen Das lange Haar Der Bart Diese Pose Und er hat immer dagegen gekämpft Also es gibt noch viele andere Aber dazu komme ich heute nicht Also immer dieses Ja, er hat das sehr bekämpft Dieses Vorgehen Dieser Schein Und meine Meinung ist Er hat die Inspiration Seines Meisters Swami Sivananda Also der, der sich vor allem Verneicht hat Und Swamiji hat das unterrichtet Gleichzeitig hat er auch Diese Natur Das could not stand hypocrisy Und er hat dagegen angekämpft Das war der Kshatriya in ihm Dieser Krieger Also ihr wisst, wie er über die Berliner Mauer geflogen ist Über den Suez-Kanal Alles im Namen des Friedens Er hatte keine Furcht Er war ein Kshatriya Er war bereit, sein Leben zu geben Aber am gleichen Tag Er war zugleich ein spiritueller Lehrer So kannte ich ihn Das war die Rolle Aber ich Ja, ich habe mehr zu sagen Aber wir haben keine Zeit mehr Ich danke euch allen Ich danke euch allen Ich hoffe, dass ich etwas zu erinnern kann Der ist schwierig zu fassen Ist er ein Therapeut Oder unterrichtet er Tantra Was unterrichtet er? Also es geht um Gesundheit, Schönheit Jeder Yogi Also die werden immer schöner Als die vorherigen Es ist schwierig Für mich zu erfassen Wer ist der moderne Guru Also es ist sicher nicht der, den ich kannte Und ich weiß auch nicht, wie Swami Vishnuji Da hineinpasst In diese moderne Vorstellung Als ich gegoogelt habe Nach Guru Wisst ihr, was da kam? Business Gurus Business Gurus So I surrender I have no idea anymore What a Guru is So thank you very, very much